Zerfuß Leute, so das wir im Test. Hammer Rocket, Salud-Raketen, F2, NEM, wo ist die? 100 Gramm. Jetzt haben wir wieder Rohrmeere, das freut mich ja sehr. Steht. Ja, aber gut. Da war es ein Stück. Schaut aus wie ein 9.05 da hinten. Ok. Ja, oder? Ja, sicher. 1.05 und 1.05. Ja, heute wäre es eh gut, wahrscheinlich wegen dem Nebel. Nicht so wie letztens. Ja, das war nicht letztens, aber scheisse. Da hast du nichts mehr gesehen. Ja. Da hast du wohl noch Kappe, Schall und Rauche. Zum Nebel. Schall und Rauche, ja. Das trifft es gut. Ja. Wolltest du 2-1, oder? Ja, warte. Jetzt? Ja. Ja. Ja, ja. Nicht, nicht. Aber, das war's gewesen. Also, bis zum nächsten Mal. Und zerf' los. Ja.